Sind Sie von der Polizei? Nein, nein, wir sind von der Müllabfuhr. Grüßt. Stehen bleiben, haben wir gesagt. War ein Schuss? Riedl, das ist eine Katastrophe. Du kannst doch nicht einfach so den Beweis nicht zusammenfressen. Na, lass mal auf den Boden! Ich meine, er muss ja mit dem Gesindel aufräumen. So, du Züppel. Zugriff. Was? Achso, Zugriff. Der stört sich aber schon saudum an, oder? Wir haben ein Motiv und kein Alibi. Das ist eine rechte Scheißkombination. Grüß Gott, Führerschein, Fahrzeugschein! Was macht er denn da? Er nimmt Twitterung auf. Ihr zwei, ihr saugt doch die Luft komplett woanders an, oder? Was? Das war eine Feststellung, keine Frage. Wie ist die Brie? Warum sagst du das jetzt? Was bist denn du für ein Arschlo-Wind-Vormand? Wagen 3 an Zentrale? Wagen 3? Da haben wir genau einen Wagen, da sind wir Wagen 3. Was? Was? Was?